Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Ricky Hickman, er war mit 22 Punkten bester Bamberger Werfer Urheberrecht Imago Brose Bamberg bleibt in der BBL nach einem deutlichen Sieg gegen BG Göttingen auf Playoff-Kurs. Die Frankfurt Skyliners bezwingen Keilsheim. Brose Bamberg bleibt in der Basketball-Bundesliga auf Playoff-Kurs. Der einstige Serienmeister gewann am 19. Spieltag gegen die BG Göttingen mit 100 zu 77, 56 zu 47 und steht mit 24 Uhr 10 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Service-Tabelle der BBL-Gart Ricky Hickman war mit 22 Punkten der erfolgreichste Punktesammler im Team des neuen Trainers Federico Perego, der in der vergangenen Woche beim Sieg gegen Science City Jena einen erfolgreichen Einstand gefeiert hatte. Skyliners siegen beim Schlusslicht im Tabellenmittelfeld setzten sich die Frankfurt Skyliners bei den Hacro Merlins-Kreilsheim mit 77 zu 69, 39 zu 28 durch. Punkt. Service-Spielplan der BBL, die im Eurocup noch sieglosen Hessen feierten ihren zweiten Ligasieg in Folge. Punkt.